Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen Lars und ich Scribby. Oh, oh. Das müsste eigentlich jeder von euch kennen, also starten wir mal. Und es laggt alles, so. Och nee, ich fang an. Und er heißt Kalkon2, der Name ist natürlich voll cool. Okay, das müsstest du eigentlich noch erraten können. Oh, das sieht aus wie ein Pilz. Oh, Mann. Oh, das war ja richtig. Ist ja cool. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, ja gut, was können wir denn hier für näher... Hier sind ja nur dumme Sachen. Ähm. Schlaf. Ja, das schreibe ich immer einfach so aus Spaß. Hi. Nein. Oh Gott, sieht das schlecht aus. Ähm, stopp, stopp. Aber das ist wirklich sehr schlecht. Ach, hey. Kürbis? Nein, dann hätte ich das nicht schwarz, äh, und grau und so gemacht. Wie sieht das denn hier aus? Darf weder. Die haben irgendwie so... Hey, was ist das denn? Ach Gott, ich weiß echt nicht, wie man das meinen soll. Aber das Skelett ist falsch. Wäre ein Teil von einem Skelett. Ähm. So, dann ist das hier noch so ein bisschen kaputt. Lecker Wort. Das sieht aus wie ein Schädel, Mann. Schädel war richtig nah dran. Was war? Schädel war richtig nah dran. Kommt das auch drin vor, das Wort? Nee. Aber... Schädel war nah dran. Also ein anderes Wort für Schädel. Gehirn. Hä? Gehirn? Nein. Nein. Kann ja nicht sein. Hä? Ich hab keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Jetzt kommt. Trauriger Smiley. Okay. Toten? Aber ich bin so doof. Ich bin so doof, ey. Keiner mir was besser malen sollte. Aber es sah ja eigentlich, glaube ich, ganz okay aus. Ich weiß nicht. Oh Mann. So. Jetzt wieder Schaufel. Nein. Schade. 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 50. Prozent. Laden. Fertig. Rennen. Stern. File. Download. Beste. GG. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es richtig ist. Ich auch nicht. Ach, herrje. Gott. Ich hatte gerade voll das dumme Wort. Oh Gott, das sieht super schlecht aus. Puzzleteil. Nein. Elle. Oh. Hat das einen Arm? Nein. Oh. Schuh. Ja. Oh, hey. Okay. Das sieht irgendwie lustig aus wie so ein Nikolaustiefel. Herz, Licht. Boah, sieht das schön aus. Rand. Strich. Sonne. Sonne. Eigentlich. Machen sollen, aber. Am Anfang sah es echt gut aus. Ich weiß. Ich weiß. Ähm. Gut. Ich habe wieder die schlimmsten Wörter. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich habe das noch nie gegessen. Oh. Gegeessen? Ja. Okay, das ist super falsch. Ich weiß nicht, wie die Teile aussehen. Egal. Paprika. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich habe die noch nie gegessen. Ich habe es einfach nur geraten. Ähm. Paprika. Ähm. Was? Strahlt Licht. Was war das denn nochmal? Es kommt, das hattest du schon mal. Nee, ich glaube, das hätte ich mal. Ja, das sah gut aus. Ja, ja. Ist klar. Ist so. Ähm. 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 So. Kreis. Und dann ist in der Mitte sowas. Und es leckt alles. Zielschwein. Nein. Ähm. Dann ist hier. Clowns Nase. So. Einfach sowas. Und dann ist hier. Ein Panda. Sieht aus wie ein Ohr. Sowas. Was soll das denn sein? Und dann kommt da sowas raus. Eine Note. Ach, ähm. Sowas. Ja, wie heißt es denn noch? Sieht aus wie ein Kopfhörer, GG. Das erinnert mich irgendwo dran. Ich weiß echt nicht. wie man das besser malen soll. Ja, wahrscheinlich denke ich mir jetzt wieder. Was habe ich gemacht? Jetzt kommt's. Schallplatte. Ach, hey. Ach, das. Ich dachte, das hängt an diesem grauen Teil dran. Ich hab mich voll irritiert. Okay, lass ihn natürlich. Ja, das sollte eigentlich dieser Schallplattenspieler sein. Okay, jetzt hab ich Angst. Ihr könnt jetzt was richtig Dummes rauskommen. Oh, nee. Ähm. Das müsste euch bestimmt bekannt vorkommen, was ich da grad geschrieben hab. Hm. Oh mein Gott. Schade. Ach so. Ach so. Das kannst du nicht erklären. Nee, doch nicht. Schade. Ja, so ähnlich. Also, nur ein anderes Wort dafür. Hä? Für Helikopter. Für Helikopter. Ach so. Ach man, das sieht so komisch. Das sieht aus wie so eine Wäsche. Ich bin auch keine Ahnung. Was hier sind so dumme Wörter. Ähm. So, rechteckig. Ich mach erstmal hier dieses graue Zeugs. Ich glaub, das wär schlauer. Einfach. Ja, gut, dass alles rot ausgemalt wurde. Ach mann. Aus was sind denn Mauern gemacht? Ziegel. Oh. Nein, das war wirklich richtig. Ich dachte, weil du nix sagst, das war halt. Nein. Das sah so schlecht aus. Egal. Ach hey je. Was denn? Ach hey je. Das sind die dümmsten Wörter, die ich jemals hatte. Wirklich. Jedes drei. Oder jedes drei. Weil, jede drei sind richtig dumm. Ach mann, was soll ich tun? Ach, das gibt nen Daumen nach oben. Danke. Ach du, Kraftwerk. Ähm. Schade. Was? Als ob das richtig war. Ne, oder? Haben wir nicht gemacht. Oha. Das ist op. Oha. Ach hey. Warte. Oha. Was, ob man das sofort erkannt hat. Ob man auch so ein paar Linien alles erkennt. Okay. Ich würde da noch so viel hinmalen. Eigentlich nicht. Ich gebe einfach irgendwas ein, das ist richtig. Oha. Ähm, ja gut. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ist das schlecht nochmal. Ähm, wie sehen die Tiere aus? Oha. Ach, ich kann die nicht. So, ich glaube jetzt ist es ein bisschen besser. Okay, die Beine sind zwar ein bisschen zerstört. Als ob du das gemacht hast, ey. Kannst du nicht fassen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ähm. Einfach mal so. Och Mann, wieso wird denn alles ausgemacht? Egal, dann mache ich einfach hier noch so ein bisschen sowas hin. Ein, hober an. Ne, und dann. Ach, ich bin so dumm. Ja. Okay. Das sah auch wieder sehr gut aus. Aber ich verstehe nicht, wie ich so schnell ein Herz erraten konnte. Ich weiß es nicht. Ich habe mal vor irgendwas eingegeben, auf einmal ist es richtig. Aber ist ja egal. Ganz lustig. Okay, der hat jetzt hier seine Haare. Hat in der Hand sowas wie... Äh, Haarspray. Oh, ich habe falsch geschrieben. Aber als ob das richtig ist. Ja. Haarspray. Hm. Gut. Ähm. Ach, das hat nur drei Buchstaben. Oh. Ach so, hey. Hey. Was soll das denn sein? Ja, das wird man vielleicht gleich sehen. Ach, Tor. Ah. Oh, was war ich denn? Ich habe es nicht drei Buchstaben einzugehen. Torwart. Oh, was war es? Wolltest du da noch einen Ball hinmalen? Durft sich leider nicht machen. Ähm. Oh, es ist ja noch dümmer. Ja, dann mal das. Das ist zwar englisch, das Wort eigentlich. Oh, nee. Englische Wörter sind immer schlimm. Das war es eigentlich schon. Ich weiß nicht, was hier ist. Was? Es geht eigentlich schon in die Richtung. Ach so, es geht in die Richtung. Das kommt jetzt in so ein Herd rein. Das ist ein Herd. Okay, hier ist noch so eine Kerze drin. Das hatte ich schon mal. Nur auf Deutsch. Hä? Ja. Ich bin zu dumm dafür. Okay, das würde ich jetzt auch nicht erkennen, aber... Hm. Ahnung. Hm. Da oben sind zwar... Ach sooo. Was denn? Cupcake. Oh, Mann. Das war mal wieder super. Oh, falsche Farbe. Falsche Farbe. Falsche Farbe. Halt und nimm doch jetzt mal die richtige. Danke. So. Rot. Einfach mal hier so. So, dann... Ja, danke schön, Spiel. Hä? Nochmal von vorne, so, und dann so, und dann gibt's hier so'n Typen. Hm? Was soll das denn sein? Ach so, äh... Ähm... So'n Typen. Alles klar. So'n Typen. Ja, ich kann doch jetzt nicht sagen, irgendein Teufel oder so. Sonst wüsstest du es ja sofort. Boah, das wird jetzt so gut aussehen, das weiß ich jetzt schon. Echt? Na ja. Was? Was ist mit mir los? Hä? Was denn? Hä? Was? Irgendwie kommt's so voll, als ob ich cheaten würde. Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Ich bin überfordert. Ich sag einfach nix dazu. Na, wieso mach ich das denn braun? Egal. Denk dir einfach, dass der Baum, ähm, hier oben grün sein soll. Ja. So, dann ist hier... So. Ja. Würd' ich jetzt nicht gedacht, dass man das errät. Als ob du das eben gemacht hast. Boah, nicht schlecht. Das war's vom Video. Juhu. Tschüss. 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 S��